Ja, wir sind jetzt bei meiner Abschiedsparty hier. Viel wird nicht werden. Ich habe ein paar Leute eingeladen. Als Highlight, ja, wir grillen. Also ich erwarte von den Leuten, dass eigentlich alles ruhig bleibt, wie so ein bisschen zusammen da sitzen, so über die alten Zeiten reden. Leonie, ja, was machen wir in Newcastle? Neue Leute kennenlernen. Neuen Leuten Alkohol trinken. Unser Englisch verbessern. Auf Englisch Alkohol trinken. Which is terrible by the way. Not the yellow from the egg. Wow. Noch mal die Frage wiederholen, ne? Boah, stinkt das? Wir werden, glaube ich, richtig hart vermissen. Du wirst auf jeden Fall viele, viele neue Leute kennenlernen. Das würden wir jetzt schon. Aber euch kann ich nie übertreffen. Kurt ist energetisch, kindisch. Du hast eine andere Brille auf. Noch mal bitte. Frech, derb, spritzig. Spritzig kann ich bestätigen. Kurt kann immer witzig und kreativ sein. Das ist halt nur mega unkontrolliert. Was ihn aber auch ausmacht. Oh, so schön. Join the adventure. Join the adventure.